Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute geht es natürlich nochmal um die Datenbankverbindung. Wie gesagt, hier ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch meine SQL-Videos vorher anguckt, beziehungsweise euch irgendwann anguckt. Wir machen hier nur eine sehr kurze Zusammenfassung davon. So, was wir hier im Endeffekt haben, ist, wir haben db.execute und das können wir im Endeffekt auf alles übertragen. Ich möchte hier allerdings vorher noch ganz kurz anmerken, dass wir hier nach dem Punkt then auch noch eine weitere Funktion ausführen können, nämlich die .catch-Funktion. Und diese Funktion handelt dann im Endeffekt Fehler. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir bilden den Error ab auf console.logError. So, und wenn wir das gemacht haben, dann ist das eigentlich auch soweit in Ordnung. Das ist im Endeffekt eine voll funktionsfähige Datenbankverbindung. Allerdings bauen wir die Verbindung in unserem Extra, in unserer Extra-Datenbank-Connection.js auf. Jetzt können wir natürlich hier unten auch hergehen und das endlich hier unten für den User auch einbinden. Wir können ja das hier drin lassen. Dann habt ihr auch ein Beispiel, wie man User-Daten oder wie man generell Daten in eine Datei schreiben würde. Und wir gehen hier einmal ganz kurz her und kopieren uns das und fügen das hier ein. Denn im Endeffekt bleibt das wirklich dasselbe. Das heißt, was wir hier haben wollen, ist kein Select mehr, sondern Insert, um eben neue Werte reinzupacken. Insert, hier müssen dann die Werte rein. So, das heißt, ähm, lasst uns das hier mal raustaschen hier. Also Insert Into. Naja, wie hieß unsere Datenbank? Naja, Users eben. Users. Also Insert Into Users. Was für Werte oder was für Spalten wollen wir denn überhaupt erstmal auffüllen? Da gucken wir nochmal ganz kurz in unsere Tabelle rein. Wir haben ID und Username. Wir wollen ja eigentlich nur den Username ausfüllen. Die ID wird ja für uns eigentlich ausgefüllt im besten Fall. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen hier nur den Username einfügen. Ähm, und jetzt müssen wir noch angeben, welche Werte. Und diese welche Werte macht man normalerweise, indem man hier einfach ein Fragezeichen angibt und das dann eben später, ähm, ausführt. Ähm, ich mach das hier mal weiter nach unten. Welchen Wert möchte ich denn ausführen? Oh, ja, so rum wollte ich das. Ähm, welchen Wert möchte ich denn hier eigentlich reinpacken? Naja, ganz einfach natürlich, meinen User. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich schreibe mir eine Liste an User und das ist der Wert, der hier quasi reingequetscht wird. So, jetzt, ähm, führen wir das aus. Und ich erkläre gleich nochmal ganz kurz, was da genau passiert ist. Wir sehen hier bei Run, sehen wir erstmal, okay, das hat jetzt auf meine Datenbank zugegriffen. Cool, super gut, das hat ein paar Mal gleich zugegriffen. Wunderbar, vielen Dank. So, und jetzt gehen wir einmal kurz auf die Website und geben hier unseren Username 1111 ein. So, los. Und wir werden natürlich wieder redirected auf die Main-Seite. Das hatten wir ja so eingerichtet. Und jetzt sehen wir hier, aha, Username 1111 ist zumindest als Datei mal erstellt worden. Wie sieht es denn hier aus? Selecten wir doch mal alles von unserem Grid und wir sehen, ähm, dass der Username 1111 hier jetzt auch in der Datenbank drin steht. Das heißt, wir haben ihn erfolgreich hier reingeschrieben. Natürlich, das war ja der Plan davon. So, das bedeutet, wir haben hier tatsächlich einen Wert in die Datenbank reingeschrieben. Und jetzt nochmal ganz kurz zu dieser seltsamen Syntax hier. Ähm, das hier ist das reine SQL-Statement. Insert into Datenbankname. Und dann, welche Spalten ihr drin haben wollt. Bei den Spalten, da orientieren wir uns natürlich hier an den Columns, ID, Username. Die ID füllt sich von selber auf. Wird einfach immer eins größer. Die brauchen wir also nicht beachten. Den Username hingegen müssen wir hinzufügen. Und zwar, welchen Wert wollen wir einfügen? Das ist ein festes Keyword hier. Naja, den Wert, der hier als Fragezeichen eingefügt wird. Und das ist der Wert hier hinten. Wenn wir mehrere Sachen haben, brauchen wir hier auch mehrere Fragezeichen. Das heißt, wenn wir drei Werte einfügen wollen, hier vorne vielleicht noch Mail und dann Address oder sowas in der Datenbank drin haben, dann brauchen wir hier auch drei Fragezeichen, weil wir drei Werte einfügen wollen. Und wir brauchen hier hinten auch dreimal User, damit wir hier diese drei Werte einfügen können. Oder halt User, Mail und was auch immer ihr da noch einfügen könnt. So, das heißt, das ist definitiv davon abhängig. Und das ist auch ganz normale SQL-Syndax eigentlich. Der Grund, warum wir das machen, ist eben auch Security. Da müssen wir auch immer drauf achten, dass wir hier keine Injection oder sowas erlauben. Das ist ziemlich wichtig. So, und danach führen wir wie üblich auch das then wieder aus und loggen unser Ergebnis in die Command-Line. Wobei das hier jetzt natürlich irgendwie, ups, das schwer nur irgendwie geloggt werden kann, weil, naja, da kommt ja nichts wirklich was zurück. Und dann haben wir, wenn wir einen Error haben, dann catchen wir das Ganze und loggen den. So, cool. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Sachen in die Datenbank reinzuschreiben. Wir sind in der Lage, Sachen aus der Datenbank rauszulesen. Ich starte jetzt das Ganze nochmal neu, denn dann sehen wir hier, ähm, dann sehen wir hier nämlich auch, wenn ich diese Datenbank dann auch am Ende auslese, und es sind mal Werte drin, ausnahmsweise, dann sehen wir das hier vorn. Ja, hier unten sind quasi die Definitionen von der Datenbank. Die kann ich auch mit auslesen. Bin ich aber normalerweise, bin ich ja nur an den Werten interessiert. Das heißt, hier möchte ich eigentlich das Result nur so haben, dass ich hier Result von 0 habe. Denn dann habe ich eine Liste von allen Werten. Dieser, dieser Wert ist quasi der erste Eintrag in meiner Datenbank. Habe ich hier noch einen zweiten Wert, ist das quasi in meinem Array einfach der zweite Wert hintendran und so weiter und so fort. Das heißt, mache ich Result von 0, habe ich die Einträge in meiner Datenbank, mache ich Result von 1, habe ich eine Definition der Datenbank, mache ich Result von 0, von zum Beispiel 1, dann habe ich meinen zweiten Eintrag, also meinen Typen mit der ID Nummer 2 normalerweise. So ist das gedacht. Okay, und ja, das ist sozusagen die ganze Logik, wenn wir hier uns, also jetzt sehen wir hier, ich habe nur noch den Usernamen 1111 ausgegeben und nicht mal die Datenbank selber. Das ist quasi die Logik, wie wir hier hinten dran vorgehen können. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir hierbei theoretisch vor? Ich werde jetzt hier nicht mit euch ein komplettes Projekt machen, das möchte ich euch als Übung lassen. Denn das dauert immer sehr viele Videos, wird irgendwann unübersichtlich und es macht meistens keinen so großen Spaß zum Zuschauen. Allerdings würde ich euch mal empfehlen, einen Minishop aufzusetzen. Einen Minishop, der einfach nur Produkte anzeigt. Man muss ja nichts kaufen können oder sowas. So, und diesen Minishop kann man natürlich auch befeuern, indem man zum Beispiel sich eine Tabelle namens Products baut. Und in diesen Products haben wir dann natürlich auch Namen, Beschreibungen und zum Beispiel den Link zu einem Bild, das wir dann anzeigen wollen, drin. Und die können wir dann natürlich in HTML zurückliefern. Kombiniert das mit Express und ihr habt eigentlich ein relativ cooles Projekt. Denn mit Express und Server-Site-Rendering zum Beispiel, könnt ihr das natürlich dann auch so darstellen, dass es echt hübsch aussieht. Und ja, das ist jetzt mal, das dürft ihr gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt natürlich. Ihr müsst gar nichts machen, aber ich würde es euch vielleicht als Idee mitgeben, weil es eigentlich sehr praxisnah ist. Ihr könnt das selber natürlich auch mit To-Do-Listen machen oder mit vielen, vielen anderen Ideen. Am besten ist immer, ihr verfolgt eure eigene Idee. Super, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.